So, und auch das Mittag ist wie immer pünktlich. Wie gesagt, man weiß ja, dass auch mittags immer was rumliegt. Na, da muss ich auch noch was machen. So, das kommt auch gleich weg, wir sind am Fressen. Aber weil man nicht mit den 1000-Euro-Schein um sich rumschmeißen kann, kann man zusehen, wo man bleibt. Jetzt kann uns nur noch ein Wunder helfen. Die Ämter dürfen lügen, betrügen und verleumden, wo es geht, da passiert überhaupt nichts. Aber wenn sich einer zur Wehr setzt, dann ist er der Böse, ist er der Buhmann. Bloß sich nicht mit der Ämter anlegen. Kein Wunder, dass dieses System entstanden ist. Immer schön ducken, immer schön die Schnauze halten. Gehen. 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 Gehen.